Und ab geht's hier. Vergrößern. Quest. Erstberatend. Russland-Europäische-Tools. So eine Devrin hat eine seltsame Geschichte über die Gefallenen zu erzählen. Nimm Kontakt mit ihm. Auf und erfahr mehr. Mal erstmal hinfahren, ne? Sind euch beiden irgendwelche seltsamen Gefallenen in der Nähe aufgefallen? Ich schwöre, ich habe leuchtende vierarmige Kreaturen gesehen. Wir alle haben viel durchgemacht, der Brin. Die ganze Zeit im Kirchturm hat womöglich ihren Tribut gefordert. Der ist ja schon gespielbar. Der ist nämlich irgendwie level 5000 oder so. Gute Neuigkeiten, Devrin. Du hast dir das nicht eingebildet. Diese Gefallenen sind anders. Irgendwie fühle ich mich das nicht besser. So, einfach nur auf Abschießen und Einsammeln. Alles klar. Es ist etwas in ihrem Äther. Spuren von Kabal-Technologie. Äther liefert den Gefallenen nur Nahrung. Wenn sie ihn aber zu einem bestimmten Zweck verbessern. Ich bin ziemlich gut darin geworben, Kabalsignaturen zu isolieren. Mal sehen, ob ich hier irgendetwas orten kann. Wann runter oder was? War ich jetzt richtig oder bin ich jetzt falsch? So. Warte. Ich werde hier halt hier, wo ich hin muss. Warte. Ach, sind wir hier hektisch am Spielen hier. Obst du auch Held kriegen? Loot, loot, loot. Was ist das hier? Kann ich mich nehmen? Okay, ohne mit. Den anderen Seite rein. Okay, klar. Diese Energiebrüche dämpfen unsere Kommunikation. Was auch immer wir hier unten tun, wir sollten uns beeilen. Wiederhol das bitte. Der Empfang ist sehr dürftig. Okay, heute hinten. So. Ich habe meinen Super-Sons ready, ne? Also sonst lassen wir gleich ein paar Gegner. Ja. Das lassen wir eben. Ich sehe, ich habe keine Ruhe. Ich muss mal wieder hier vorne und wieder oben. Ah! So. Das wäre eine Plänepläne. Ich habe die Pläne. Ich habe die Pläne. Die Gefallenen haben eine Art elektromagnetischen Käfig gebaut, um zu verwerben, was sie tun. Kein Wunder, dass wir die Quelle nicht finden. Warte mal eben, dass wir die Durchbrüse machen sollen. Wir sollen das vielleicht nicht mehr machen. Kein Glück. Müssen sie da unten verloren haben. Hä? Okay, das ist also der Obermutter hier. Ich habe die ganze Welt. Ein Schloss, gut. Nicht töten. Ich kann ja noch so die Ruhe. Oh, oh. Oh, oh. Kann ich wiederbeleben, oder lieber nicht? Ich muss das ja mal so die Ruhe der Kugel machen. Äh, das war's nicht mehr. So, das war's schon, oder was? Nö, ne? Ja, das war's noch nicht. Hey, die Koran. Schön, wieder deine Stimme zu hören. Was habt ihr gefunden? Ich bin nicht sicher. So eine Art Maschine. Sie verbessert irgendwie ihren Äther. Ah, der direkte Ansatz. Solange das bedeutet, dass sie nicht mehr von diesem Zeug herstellen können, habe ich nichts dagegen. Aber die Gefallenen sind einfallsreich. Es ist noch nicht vorbei. Ich muss darüber meditieren, wie wir diese Krise beenden können. So, das ging jetzt ja richtig fix. Sie hat immer das große Ganze vor Augen. Kehr zurück zur Kirche. Dann planen wir unseren nächsten Schritt. Okay. Gibt's noch Loot bei ihm dann jetzt, oder was? Ja, ne? Ja, ne? Ja, wir sind jetzt zurück. Kommen wir, ob es mein Loot gibt gleich. Laden? Hä? Ich hänge im Ladestream-Fers. Oh, nö. So, ich will mal Loot haben. So, ich muss hier wort hin. So, dann wollte ich erstmal eben kurz gucken, was ich gekriegt habe. Dann möchte ich das erstmal reinpacken, damit ich dann auch noch das Lichtlevel kriege. 247. Nö, alles Mist. Gut. Alles Mist, gleich wieder kommen. Hat mir Sorgen gemacht, als wir den Kontakt verloren haben. Du würdest mich doch nicht alleine lassen, hm? Dank dir können die Gefallenen keinen neuen, verbesserten Äther herstellen. Aber Tee trinken ist auch noch nicht. Sie haben genug Äther gebraut, um eine ganze Vorratskammer voll davon zu haben. Die Gefallenen geben nicht so leicht auf. Und wegen uns sind sie noch verzweifelter. Wir müssen uns etwas anderes einfallen lassen. Das gelingt dir doch, oder? Warte. Soll ich denn mal hochfahren? Weitig. Ich bin trotzdem gut noch mit hier. Oh, zwei Waffen. Bis bald. Okay. Hm. Ja, cool. So, dann ab zum nächsten Ding. Mal gucken, was das geht.